Sie sind hier, 13. September 2018, 21.35 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Pep Guardiola trainierte die Profis des FC Barcelona von 2008 bis 2012 Urheberrecht, Getty Images, Pep Guardiola plant zum Abschluss seiner Trainerkarriere eine Rückkehr zum FC Barcelona. Beenden will er seine Laufbahn aber nicht bei den Profis. Manchester City's Teammanager Pep Guardiola hat angekündigt, seine Karriere als Fußballtrainer bei seinem Heimatverein FC Barcelona beenden zu wollen, allerdings nicht in der ersten Mannschaft. Ich werde dort aufhören, wo ich angefangen habe. Meine letzten Schritte werde ich hoffentlich in der Jugend von Barca machen, formulierte der 47 Jahre alte Spanier seinen Wunsch in einem Interview mit Movistar. Hoffentlich werde ich wieder Barca Trainer sein, Guardiola erfolgreichste Zeit bei Barcadier Profis des katalanischen Spitzenvereins. Es koachte Guardiola zwischen 2008 und 2012, dabei gewann er unter anderem zweimal die Champions League und dreimal die Spanische Meisterschaft, in der Saison 2007-08 hatte er die Reserve von Barca trainiert, Anzeige, reduziert. Jetzt Trikots internationaler Top-Vereine kaufen, hier geht's zum Shop 2016 wechselte Guardiola nach drei Jahren beim FC Bayern nach England zu den Sky Blues. Sein Vertrag läuft dort bis 2021. Guardiola hatte bereits erklärt, nicht sehr lange im Trängergeschäft tätig sein zu wollen. Sport 1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Live-Streams, Live-Dicker und aktuelle Berichterstattung aus Ein-Bär Mehr Mehr